Hi, ich lese euch heute einen Auszug aus Wer die Ruhe sucht vor und zwar ein Teil aus Kapitel 4. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und würde mich über ein Feedback freuen. Am nächsten Morgen wurde ich von frischem Brötchenduft geweckt. Ein paar herbstliche Sonnenstrahlen drangen durch das Fenster herein. Ich regelte mich im Bett. Es war Samstag. Wenn Julia frei hatte, nutzte er manchmal die Gelegenheit, Brötchen zu holen, damit wir drei gemeinsam frühstücken konnten. Rasch ging ich ins Badezimmer und war kurze Zeit später auf dem Weg nach unten. Doch da ich sehr neugierig war, hielt ich in der Mitte der Treppe kurz an und lauschte, was die beiden zu bereden hatten, während sie das Frühstück vorbereitet. Ich konnte nur Bruchteile verstehen, es ging um irgendein Videospiel. Gerade als ich weiterlaufen wollte, bekam ich einen kräftigen Stoß von hinten. Das kam unerwartet und hart. Mein großes Glück war, dass ich mit einer Hand am Geländer war. Ansonsten wäre ich die komplette Treppe hinunter gesegelt. Ich hing ungeschickt am Geländer und fiel ein paar Stufen hinab. Julia und Milo rannten zu mir und sahen mich besorgt an. Julia rief Milo zu. Hol bitte schnell meinen Koffer aus dem Arbeitszimmer. Milo nickte und all das geschah in Zeitlupe. Mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Krankenhaus. Julia stand neben mir in seinem weißen Kittel, die Hände auf dem Rücken gefaltet. Was ist passiert? fragte ich. Du bist die Treppe runtergefallen. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du Hausschuhe und nicht Strümpfe anziehen sollst? Herrgott nochmal, wie so ein törichtes Kleinkind. Auch das war Julia. Lief es mal nicht. Nach seinem Kopf packte ihn die Wut und seine Kommentare gingen unter die Gürtellinie. Wo ist Milo? Bei Cedric. Du hast uns einen Riesenschreck eingejagt, weißt du das? Meine Erinnerung kam wieder und mir fiel ein, dass ich nicht gefallen, sondern gestoßen wurde. Julia, mich hat jemand gestoßen, ich bin nicht gefallen, sagte ich. In dem Moment war mir klar, dass er mir nicht glaubte, dass ein dummer Kommentar kommen würde. Und das tat es auch. Na klar, dich hat jemand gestoßen. Vielleicht solltest du abends einfach nicht mehr so viel saufen? Mit diesen Worten verschwand er. Mein Schädel brummte und mein Arm tat weh. Er leuchtete in allen Farben. Aber gebrochen war er nicht. Ich hatte keinen Gips. Julia kam noch einmal rein, sagte mir, dass ich über Nacht bleiben müsste, um eine Gehirnerschütterung auszuschließen. Er würde nach Hause gehen, um sich um Milo zu kümmern. Sein Ärger war offensichtlich verraucht, denn er gab mir einen Kuss auf die Stirn. Es war ganz praktisch, die Frau des Oberarztes zu sein, wenn man im Krankenhaus war. Ich hatte ein schönes Einzelzimmer, einen Fernseher, WLAN und bekam richtig gute Kost. Am Abend zappte ich durch das Fernsehprogramm, doch es interessierte mich nicht wirklich etwas. Lesen wollte ich auch nicht. Auch wenn mir die nette Krankenschwester eine Auswahl an Zeitschriften gebracht hatte. Ich dachte mir, wenn ich früher schlafe, war es gefühlt früher morgen und ich konnte wieder heim. Kopfschmerzen hatte ich keine, auch kein Schwindelgefühl. Eine Schwester kontrollierte meine Temperatur und erkundigte sich nach meinem Befinden. Als ich gerade am Einschlummern war, öffnete sich die Tür zu meinem Krankenzimmer erneut. Mittlerweile war ich genervt von den vielen Erkundigungen nach meinem Befinden. Ich hatte das Gefühl, dass die Schwestern sich erhofften, ich lege ein gutes Wort für sie bei Julia ein. Doch als ich zur Tür sah, stand da ein Mädchen. Vielleicht so alt wie Milo oder ein, zwei Jahre jünger. Ich setzte mich im Bett auf und sah sie an. Ihr Blick war leer und irgendwie sah sie blass aus. Kein Wunder, offensichtlich war sie ja auch Patientin. Ich sprach sie an. Hallo, hast du dich verlaufen? Die Gänge im Krankenhaus sind sehr verschachtelt. Auf welcher Station bist du denn? Ihre Hand war noch am Türgriff. Sie sah mich weiter mit ihren leeren Augen an. Ich vermutete, dass sie starke Medikamente bekam. Aber was machte sie dann auf den Beinen? Gerade als ich sie nochmal etwas fragen wollte, sagte sie, Das war nur eine Warnung. Sag ihm das. Mit einem lauten Knall fiel die Tür ins Schloss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das Buch gibt es überall, wo es E-Books gibt. Ich mache in die Kommentare noch einen Link. Und freue mich, wenn ihr mir ein Feedback gebt. Und dann sind wir die Tür aus, wenn ihr ihn mike, Du deinst noch dafür'rest. Vielen Dank.